Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und im heutigen Video geht es mal um den kompletten Ablauf, den kompletten Prozess der Vermietung. Wie läuft das denn ab? Wie kann man sich das vorstellen? Was gibt es zu beachten bei den einzelnen Stationen? Von der Anfrage bis hin zur Übergabe, zur Rückgabe, was ist wann wie vorzubereiten und nachzubereiten? Wir schauen uns unser Video näher an. Bleibt dran. Bis gleich. Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt schauen wir grundsätzlich erstmal, wie das Video ablaufen wird und welche verschiedenen Stationen wir uns mal anschauen. Also, ganz klar geht es mal los mit vor der Anfrage. Ganz weit vorne, was passiert vor der Anfrage, was ist da zu beachten? Dann die Anfrage an sich, die Kundenanfrage, die zu euch kommt. Zur Buchung machen. Wie macht ihr die Anfrage zur Buchung? Was gibt es da für Steps? Dann vor der Übergabe. Was müsst ihr da beachten, bevor ihr das Mobil an den Mieter übergebt? Dann die Übergabe an sich. Wie läuft das ab? Wie mache ich das? Was habe ich da noch so an Sachen zusätzlich überlegt vielleicht? Die Rückgabe, wie das abläuft, worauf man achten sollte, was wichtig ist, damit ihr keine Fehler macht und nichts passiert. Dann nach der Reise. Was kann man da vielleicht noch machen, um sich gewisse Vorteile zu sichern? Und ganz wichtig, am Ende gibt es noch ein, zwei Tipps, die euch wirklich weiterbringen können. Also, lasst uns mal loslegen. Bevor es losgeht, kurz zur Information. Alle Informationen, die ich so zeige und bringe und beruhen auf meiner Vermietung, die ich bei Paul Kemper habe. Und wer die Videos kennt von mir, der weiß das. Für die neuen Paul Kemper, da auf der Plattform biete ich mein Mobil an. Da habe ich auch die Informationen und grundsätzlich noch zur Info an alle. Ich mache unten die Beschreibung einen Link rein zu Paul Kemper. Wenn ihr mal mieten solltet oder vermieten wollt, dann geht ruhig über den Link rein und registriert euch bei denen anstatt direkt. Weil ihr bekommt eine 30 Euro Gutschrift direkt zu Beginn als Mieter oder Vermieter. Und das kann nie schaden, warum nicht die 30 Euro mitnehmen. Den Link kann man auch Freunden und Bekannten geben, die vielleicht mal vermieten wollen oder so. Für die gilt das auch alle. Also ruhig den Link benutzen. Da machen wir schon das erste, oder macht ihr schon das erste, das erste Bar Plus, macht ja Sinn. Und ich möchte auch noch sagen, das Video heute beruht so ein bisschen darauf, dass ich für mich denke, es gibt viele Leute, die vielleicht nicht starten in die Vermietung und vielleicht noch nicht ins Tun kommen, weil die große Unbekannte, dieser ganze Prozess, den kann man vorher nicht abschätzen. Ich versuche ja schon Videos zu machen, wo ich euch zeige, was kommt kalkulatorisch raus. Lohnt sich denn so eine Vermietung überhaupt? Und ich mache auch diverse Videos, wo ich zeige an sich, ob so eine Vermietung Sinn macht und was ein bisschen zu beachten ist und so. Um ganz einfach auch zu zeigen oder ein bisschen diese Hemmungen zu nehmen, ins Unbekannte zu gucken. Weil vorher weiß man ja nicht so richtig, was einen erwartet. Ich habe das getestet für mich, ich wusste es vorher nicht. Durch die Videos könnt ihr schon einiges an Informationen sehen, dass es vielleicht Sinn machen kann und wie es Sinn machen kann, was man zu beachten hat. Und bei dem Video geht es nochmal darum, diese ganze große Geschichte des Prozesses, der ganze Ablauf von den Anfragen bis hin zur Übergabe. Wie ist das überhaupt, wenn ich Leuten so ein Mobil erklären soll? Und da stehen zwei Paare, die wollen ja das Mobil haben und ich soll ihnen das erklären. Ich persönlich bin beruflich Kundenberater. Für mich ist das kein großes Problem gewesen, weil ich das natürlich sowieso beruflich mache. Aber es gibt sicher viele Leute, die noch nicht so oft irgendwelchen Leuten, irgendwelchen Fremden groß eine Stunde oder zwei Stunden irgendwas erklärt haben. Und die sagen vielleicht, das weiß ich nicht so richtig, wie ist denn das überhaupt. Und deswegen in dem Video wird das alles schön gezeigt. Und da könnt ihr Step für Step ein Gefühl kriegen und ein bisschen auch die Sorge möchte ich euch damit nehmen. So, lange vorgequatscht, legen wir mal los. Also der erste Step, die Anfrage, beziehungsweise vor der Anfrage. Vor der Anfrage, was ist dazu beachten, vor es überhaupt das mal losgeht. Klar, ihr habt angefangen, ihr habt euer Profil, müsst ihr erstmal befüllen. Ihr meldet euch an, am besten über den Link und dann müsst ihr euer Profil befüllen. Und zwar mit den ordentlichen Angaben, schönen Texte schreiben, auch Netz schreiben. Ihr wisst selber, ihr seid Camper. Es ist für Leute, die wollen Urlaub machen. Das heißt, es geht nicht groß darum, fachlich muss es natürlich stimmen, aber auch ein bisschen locker. Es geht ja hier im Endeffekt um Urlaub. Allgemein für den ganzen Ablauf. Egal wie man das macht, ob man telefoniert oder schreibt oder was. Euch, es geht um Urlaub. Es muss natürlich professionell rüberkommen, aber im Endeffekt ist es eine positive Geschichte. Die kaufen zwar was bei euch, am Endeffekt die Kunden, aber das ist natürlich ein Urlaub. Also Profil schön füllen und bepflegen immer. Vor allem auch schöne Fotos reinmachen. Dann ein ganz wichtiges Thema, die Kalenderpflege. Ihr habt dann den Kalender, ich mache mal ein Bildchen rein. Es wird auch noch mal ein Video kommen, wo ich ein bisschen das Profil zeigen werde. Also ihr habt einen Kalender, den könnt ihr genau Tag bzw. Nacht genau steuern, wann es blockiert, warum auch immer ihr blockiert. Weil ihr da selber weg wollt, es vielleicht noch nicht wisst, wie auch immer. Oder mal nicht rausgehen wollt, weil vielleicht das ist mobil in der Werkstatt oder was. Das könnt ihr blockieren, da wird das gar nicht erst zur potenziellen Vermietung angezeigt. Außerdem könnt ihr dort tagaktuell, nachtaktuell die Preise eintragen. Saisonal. Zum Beispiel könnt ihr den Ferien sagen, es kostet 130 die Nacht und zwischendurch vielleicht 110. Wie auch immer ihr das selber gestalten wollt. Aber ihr könnt das alles schön selber steuern. Wichtig ist auch, dass es ordentlich gemacht ist. Nicht, dass Anfragen kommt, obwohl ihr selber dort Urlaub habt. Dann ist es unangenehm, dann muss man absagen und das ist unprofessionell. Oder es kommen vielleicht Anfragen, die ja schon direkt in euer Profil reinkommen, wie so ein Angebot, was ihr nur noch bestätigen müsst. Oder eine Anfrage, die ihr nur noch zum Angebot umwandeln müsst und dann ist der falsche Preis drin. Das gibt ein Hin und Her, das kommt unprofessionell rüber, wenn man sagt, ich habe mich da ein bisschen vermacht. Das kommt auch so ein bisschen rüber, wie ich will jetzt noch ein bisschen mehr Geld machen, weil der Kunde ist ja, der Interessente ist jetzt da. Also wichtig, Kalenderpflege. Und noch ein Tipp von mir, die individuellen Vermietbedingungen könnt ihr anpassen. Es gibt da den Bereich von Paul Kemper, die Mietbedingungen von Paul Kemper, die sind klar. Es gibt aber auch noch so einen Bereich, individuelle Mietbedingungen, wo ihr selbst anpassen könnt, eure Mietbedingungen, die ihr für wichtig erachtet. Da kann man jetzt nicht erfahrungsgemäß irgendwelche Preissachen oder geltliche Sachen angeben von vornherein. Aber wie ihr seht, in meinem Fall zum Beispiel die Kilometer, ganz wichtiges Thema, die Kilometerbegrenzung auf 250 Kilometer habe ich dort eingenommen. Die Kunden müssen vom Vorfeld bei mir Bescheid sagen, wenn sie dort drüber rutschen. Und ich kläre das zwar im Vorhinein schon mal ab, wo die hinwollen, was die vorhaben, die Kunden, die Mieter. Da kann man schon sehen, ob das knapp wird oder ob das okay ist oder was. Und das muss vorher auch kommuniziert werden, auch schriftlich nochmal, dass das definitiv klar ist. Aber, kommen wir später noch dazu, aber da könnt ihr solche Sachen ergänzen, damit ihr ein bisschen mehr auf der sicheren Seite seid. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem Bereich Anfrage. Die Anfrage an sich. Also, ihr bekommt per E-Mail bzw. über Paul Kemper drückt auch parallel eine Anfrage von irgendeinem Kunden, der euch sicher einen Text dort dazu schreibt und vielleicht auch rein, was er vorhat. Und dann stehen schon die Daten fest. Das heißt, er hat rein theoretisch schon vorgebucht, online, welchen Zeitraum er möchte. Jetzt ist es an euch, erstmal zu schauen, was ist denn da, was kriege ich schon für Informationen dort raus. Manchmal ist mehr Text drin, manchmal ein bisschen weniger, manchmal ist auch schon erklärt, was die Kunden vorhaben. Da müsst ihr gucken, welche Fragen sind beantwortet, welche Fragen bleiben offen. Und mit diesen Fragen geht ihr natürlich dann an den Interessenten ran. Also, grundsätzlich erstmal zurückschreiben. Ich mache das so, ich schreibe dann erstmal zurück, stelle die eine oder andere Frage, packe auch mal eine Information noch dazu mit den Kilometerbegrenzungen, gerade solche Sachen, die schreibe ich dann immer mal noch mit rein, dass die auch nicht übersehen werden. Und auch die Reise, wo es hingehen soll, was geplant ist und so weiter, dass zum Beispiel keine Tiere erlaubt sind, sowas kommuniziere ich einfach nochmal extra, dass da keine Missverständnisse von vornherein entstehen und nicht im Nachhinein ein Haufen Arbeit bestanden ist. Und dann kommt dann die Rückmeldung, nee, alles klar, das und das haben wir vor, so und so, wir sind so und so viele Personen und so weiter. Und dann vereinbare ich meistens nochmal ein Telefonat. Da kann man dann nochmal ein, zwei Sachen klären. Man kann sich mal ein bisschen hören und kann dann nochmal ein bisschen was besprechen. Das ist ganz wichtig. Man muss ja auch mal sehen, erstens, wenn man selber ein gutes Gefühl hat, man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wer ist denn das, wer bekommt denn da mein Mobil. Und zweitens ist es auch wichtig, dass man den Mietern ein gutes Gefühl gibt, weil ganz wichtig, die geben ja erstmal ein Kaufen Geld aus und das schicken die ja auch vom Vorhinein schon mal, überweisen die das schon mal an Paul Kemper. Und dann ist auch für die wichtig, die haben diese zwei Wochen Sommerurlaub geplant und in diesen zwei Wochen muss alles passen. Das heißt, sie verlassen sich darauf, dass das Mobil definitiv auch da ist, dass es alles so ist, wie sie es erwarten und das quescht der Urlaub. Und das ist natürlich ganz schlimm. Deswegen brauchen die auch Sicherheit. Deswegen ist es auch für die gut, wenn die das mal einmal gehört haben, dass man mal gesprochen hat, dass man schon mal ein bisschen eine Verbindung hat. Also das ist meine Empfehlung. So mache ich das in den meisten Fällen. Beschreiben per Nachricht und dann telefonieren wir nochmal. Und kurz bevor es losgeht natürlich, kommen wir später nochmal dazu. Dann schreiben wir natürlich nochmal. Ja, grundsätzlich müsst ihr für euch mit den ganzen Informationen, die ihr bekommt, erstmal dann abchecken, kommt der Mieter für euch in Frage. Passt das soweit? Was sagt das Bauchgefühl? Klar, was sagt auch die Anzahl der Leute und was die Leute so vorhaben zu euch? Aber was sagt auch das Bauchgefühl? Und wenn das soweit passt, dann geht es in den nächsten Step. Aber das müsst ihr in dem Bereich vor, beziehungsweise bei der Anfrage dann auch so rausbekommen. Ihr müsst ja nicht jeden Mieter nehmen. Wenn ihr da kein gutes Gefühl habt oder das nicht ganz passt, dann könnt ihr natürlich auch sagen, nee, hier vielleicht den einen oder anderen, die Alternative suchen oder so. Wichtig ist nochmal, habe ich eben schonmal erwähnt, wichtige Sachen nochmal per Nachricht schreiben. Dann seid ihr auf der sicheren Seite und könnt nachweisen, es ist schriftlich an die Schrift. Die Information war schriftlich beim Mieter, weil gesprochenes Wort ist nicht so richtig nachweisbar, ist immer ein bisschen schwierig. Und auch noch so eine Empfehlung von mir, nicht zu knapp buchen, mieten oder vermieten. Nicht zu knapp planen. Denn in dem Bereich müsst ihr ja jetzt schon mal feststellen oder festlegen, wenn die Anfrage kommt, ist das okay vom Zeitraum auch. Ich hatte das bis jetzt einmal und das kann ich absolut nicht empfehlen. Ich wusste es eigentlich vorher, es war aber in dem Fall so eine Klärung, dass das Mobil kam vom Vormieter mittags um 12, beziehungsweise maximal um 12, muss es ja zurückgegeben sein. Und der nächste Mieter hat gesagt, ja, dann hole ich erst abends oder was. Oder so in der Richtung. Da war eigentlich Luft, aber im Endeffekt war das alles wirklich anstrengend, weil wenn ihr dann doch mal irgendwie ein Thema habt, eine Nachbearbeitung habt, eine Nachreinigung oder wie auch immer. Und in dem Fall habe ich, leider war da ein Unfall an dem Mobil. Das heißt, ich hatte zwar ein paar Stunden Zeit oder ich hatte glaube ich sogar, im Endeffekt hat derjenige das Mobil einen Abend davor schon zurückgebracht. Also ich hatte quasi den ganzen Abend und den nächsten Morgen Zeit, aber ich musste da das erstmal so wieder in Stand setzen, dass es übergeben werden kann. Also es war absoluter Stress. Also meine Empfehlung absolut, lasst Platz zwischen den einzelnen Mietungen und Buchungen. Also ich empfehle da auf jeden Fall, einen Tag Platz zu lassen. Es kann immer mal was sein. Und es kann auch mal ein Mieter sich verkalkulieren mit der Rückfahrt oder Rückreise. Und es kann mal was im letzten Moment noch sein, dass derjenige nicht an dem Tag noch zurückkommt. Lasst euch Zeit zu reagieren, dass ihr im Notfall sagen könnt, ich sage mal, der Fahrer hat irgendwas unterwegs und muss in die Klinik. Und die Frau kann nicht fahren und die stehen drei Stunden entfernt. Dann könnt ihr im Notfall, wenn ihr die Zeit habt, im Notfall hinfahren und das Mobil selber herholen, dass es am nächsten Tag wieder zur Vermietung bereitsteht, weil ihr habt ja eine Familie, die Urlaub machen will in dem Fall. Da müsst ihr schön, da könnt ihr einfach sagen, das passt jetzt nicht. Also lasst da ein bisschen Platz. Das macht sonst nur Stress. Dann kommen wir jetzt mal zu dem Bereich, die Buchung machen. Oder die Buchung eintüten, sage ich jetzt mal. Da, wenn ihr euch einig seid, ihr habt alles erklärt, das passt soweit alles, Zeiträume und so, dann könnt ihr das festmachen. Und zwar habt ihr ja die Anfrage bekommen, die wirklich im System mit Datum und alles sozusagen als feste Buchungsanfrage für euch kommt von dem potenziellen Mieter. Die müsst ihr dann nur noch zurücksenden mit so einem Button. Ihr müsst die quasi dann zum Angebot machen. Also ihr sendet dann das Angebot mit dem angefragten Zeitraum wieder zurück und bietet das an. Und dieses Angebot könnt ihr auch nochmal abändern, wenn ihr mit demjenigen besprochen habt, es soll noch irgendwas geändert werden, vielleicht ein Zeitraum oder vielleicht nimmt er einen Tag weniger oder einen Tag kürzer oder was. Das kann nochmal geändert werden. Dann könnt ihr ein geändertes Angebot senden. Das könnt ihr übrigens auch immer im Nachhinein nochmal machen. Richtig für euch, wenn mal so ein Angebot gemacht wurde oder auch die Buchung safe ist, dann könnt ihr das immer nochmal abändern. Es kann ja sein, dass über die Monate derjenige sagt, wir würden gerne noch ein paar Tage länger, kürzer als so eine Sache, weil ihr verliert Geld. Aber ist auch so eine Entscheidung, müsst ihr jetzt für euch treffen. Aber grundsätzlich kann ich auch sagen, wir würden gerne eine Woche länger oder wir würden verlegen, warum auch immer Corona oder was. Dann kann man ein geändertes Angebot versenden. Auch während der Reise. Wenn derjenige sagt, wir würden gerne zwei Tage länger und es passt mit der nächsten Mietung, dann könnt ihr während der Reise noch ein Angebot ändern. Wichtig ist, macht das auch und sagt nicht einfach, ja, dann gibst du mir dann so das Geld oder wie auch immer. Das geht gar nicht, weil die Versicherung nur so lange gilt, wie natürlich dieses Angebot und die Buchung läuft. Also wenn derjenige sagt, wir kommen einen Tag später, passt das für dich? Oder können wir noch einen Tag später kommen? Dann kannst du klar sagen, wenn es passt soweit. Ja klar, geändertes Angebot, annehmen, Versicherung läuft einen Tag länger. Ich kriege einen Tag mehr Geld und dann kommt der Tag später zurück. Dann passt das. So, der Mieter muss dann dieses geänderte Angebot oder dieses Angebot an sich von euch nur noch annehmen. Klickt er auch wieder am Button. Da seht ihr, für euch kriegt dann die Info, ja, hier Buchung steht und den Rest macht Paul Kemper. Das heißt, diese ganzen Abläufe mit dem Mieter, da habt ihr nichts mit zu tun. Ihr bekommt nur die Bestätigung, dass es gebucht ist. Ihr habt es im Kalender stehen, automatisiert. Im Übrigen nicht nur im Computer, sondern auch in der App. Das funktioniert alles super. Ich mache da mal ein extra Video zu. Und dann habt ihr die Bestätigung im Kalender, ist dementsprechend die Reise drin. Und ihr bekommt dann natürlich nochmal eine Information, wenn das Geld geflossen ist, was nochmal so ein nächster Step ist. Aber ansonsten ist das zur Buchung an sich der Ablauf. Ja, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen ein paar Informationen geben über diese große Unbekannte im Vorfeld. Wie läuft so eine komplette Vermietung ab? Welche Steps sind da zu beachten? Ich muss leider das Video wieder in zwei Teile teilen, da die Informationen einfach zu umfangreich sind. Aber es ist wichtig und es sind viele Steps und man sollte da auch nichts weglassen. Nächste Woche kommt der zweite Teil dazu, dann geht es weiter. Ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert und dabei seid bei den weiteren Videos. Ich freue mich auch, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Das ist immer eine schöne Bestätigung. Ansonsten schaut euch gerne die weiteren Videos an. Habt eine schöne Zeit. Wir hören und sehen. Bis dann. Ciao.